Heute die 325 von 365 mit einer Frage Ist ein guter Trainer nur ein guter Trainer, wenn er 200 Euro aufwärts pro Monat nimmt oder geht es auch billiger? Ich habe mich gestern etwas, oder heute besser gesagt etwas geärgert über einen Beitrag auf einem deutschen Triathlon-Plattform im Internet wo ein Trainer gesagt hat, nur ein guter Trainer ist ein guter Trainer wenn er 200 Euro aufwärts nimmt und die Dinge, die er da so propagiert mit seinen Leistungen das ist bei mir seit 10 Jahren Standard und ich ärgere mich einfach darüber, dass jemand sich nur über den Preis definiert und ich finde es ehrlich gesagt ein kleines bisschen daneben es geht auch billiger, wenn man gut organisiert ist wenn man ein Gespür und ein offenes Ohr für seine Sportler hat, geht es auch billiger und vielleicht ein bisschen weniger Promi-Bonus, aber es geht billiger und genauso gut Ciao 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 Ciao